Servus Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So, der zweiten Folge jetzt und in der letzten Folge haben wir geschaut, ob wir dieses blöde Ostrakon-Rätsel, oder? Ostrakon heißt es? Wir schauen nochmal, Ostrakon-Rätsel finden und ich habe es jetzt mit Hilfe von dem Adler gefunden. Und ich hoffe mal, dass es jetzt auch dort ist. So, wir machen mal das Bildmachtgerät an. Servus Leute und dann schauen wir doch mal. Ich habe jetzt auch nochmal die Greenscreen ein bisschen gerichtet, also es ist ganz leicht im Hintergrund, ist es noch zu sehen. Ich muss nur noch ein bisschen an die Einstellungen rumspielen vom Chromakee, also ich hoffe, dass es euch nicht stört. Also hier sieht man es ganz leicht, aber naja, besser kriege ich es jetzt auf die Schnelle nicht hin. Gut, dann schauen wir doch mal. Hier müsste es eigentlich sein. Da ist das Rätsel und der Kinn. Ostrakon-Rätsel, Asche zu Asche ist es leicht, sich in schlechten Zeiten von den Göttern abzuwenden. Geh zum verbrannten Tempel in Kausos. Im verfluchten Tal von Palais findest du mich in einem Haufen verbrennter Asche, wo ein Gläubiger seinen Posten aufgegeben hat, um ein neues Leben als Pirat zu führen. Gut, dann würde ich sagen, wir sind Level 2, Asche zu Asche, haben wir gefunden. Wir schauen mal, ob wir schon was anlegen können. Wir hatten doch hier eine Rüstung gefunden, genau. Legen wir die drum an, sieht schon viel, viel besser aus. Alles klar. Was ist mit dem Viertel? Kann man hier auch was machen? Nee, nur dass es da ist. Okay. Oh, was haben wir hier? Okay. Weiß ich nicht, ob wir dann irgendwas später finden oder so. Was können wir hier machen? Handelsgüter, ich weiß nicht, ob jemand abgetrennt wurde. Ah, das Zeug können wir verkaufen, oder? Handelsgüter. Ich weiß nicht, brauchen wir das noch? Schreibt es mir mal in die Kommentare, Leute, wenn ihr das genau wisst, ob man das noch brauchen kann oder eben nicht. Ich verkaufe jetzt erstmal noch gar nichts. Okay, wir haben einen Fähigkeitspunkt. Fernkampf, Krieger, Attentäter. Jäger, Jäger, Erwerben, Erwerben, Erwerben. Also wir können hier alles schon mal erwerben. Dann hast du die Zeit verlangsamt sich für bis zu 5 Sekunden, wenn du von Gegnern gesehen wirst. Gezielte Pfeile erfassen den Oberkampf des Gegners und richte 155% Jägerschaden an. Okay, was können wir hier machen? Rinde schnell durch Gegner hindurch, wirf sie um und richte 250% Kriegerschaden an. Okay. Ein legendärer Tritt, der das Ziel zurückschützt. Oh, das Ziel wird nicht getötet, kann im Anschluss angeheuert werden. Ah, okay, das machen wir doch mal. Anheuern, okay. Machen wir 1 von 3. Okay, das ist der untere Baum anscheinend. Okay. Adrenalin. Viele Fähigkeiten werden durch Adrenalin angetrieben, die sich aufbaut, wenn du Treffer landest. Erfolgreich ausweichst, gegnerische Angriff parierst oder andere Aktionen ausführst. Wenn eine Fähigkeit eingesetzt wird, wird ein Adrenalin-Segment verbraucht und muss wieder neu gefüllt werden. Okay. Fähigst... Ah, will auswählen, wenn ich nicht zugewiesen werde. Okay. Äh, wir machen es mal oben auf Dreieck. Alles klar. Was ist hier unten? Wer muss hier bei rufen? Oh, Gott. Das ist alles zu viel. Okay, das schauen wir uns später an, Leute. Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. So, okay. Dann würde ich sagen, machen wir die Karre auf. Und gehen wir doch gleich... Und das lassen wir jetzt erstmal hier. Wir gehen mal hier hoch. Und werden den Ort mal synchronisieren. Dort oben, auf der Statue. Ich glaube, dass wir überall hochkessern können. Okay. Dann sieht's so aus. Ich glaube, wir sind hier im Tunnel oder was? Nee. Fast so ausgesehen. Alles klar. So, ist Blitz. Müssen wir mal den Pullermann festhalten hier, oder was? Kann man sich da wieder festhalten? Alter. Ich sollte da besser nicht draufklettern. Der Riesenpullermann. Das gefällt dir doch, Kassandra. Gib's doch zu. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr, sehr nice. Wenn du den Aussichtspunkt synchronisierst, kannst du Pierschnellreise dorthin reisen. Du verbesserst damit auch Icarus-Fähigkeiten einschließlich seiner Wahrnehmung und... So. Kann ich jetzt einen Todessprung machen? Kann ich einen Todessprung machen? Normalerweise kann man doch immer einen Todessprung machen. Da unten sieht's aus, als wenn man da springen kann. Hier, Apple. Okay. Haben wir denn jetzt was aufgedeckt? Gucken wir einfach mal. Okay. Wir haben nichts aufgedeckt. Doch, doch. Da ein paar... Ein paar Ausrufezeichen. Und da ist Hauptstory. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir den Entdecker-Modus genommen haben. So werden wir hier nicht zugeballert mit zwei Milliarden Fragezeichen. Das hat mich auch schon übergederft. Da hast du schon gar keinen Bock mehr gehabt, dass du irgendwelche Fragezeichen machst, weil du da zugeknallt worden bist. Jetzt werden wir hier mal alles ein bisschen nach und nach abarbeiten. Dann schauen wir mal. Da ist ein Wolfi. Können wir gleich mal killen. Dann gibt's vielleicht wieder ein bisschen Flech. Oh, komm her. Sehr schön. Man gibt'n der mir nix hier. In der Agalaki-Hülle. Wir holen mal. Und hier irgendwelche Kämpfer. Hier war grad was, oder? Oh, ne. Okay, ist nix. Was ist das? Das ist doch 18 Meter. Oh. Schauen wir doch mal in die Höhle rein. Eifertier zerlegen. Wird wahrscheinlich hier drin sein. Aber ich würde gerne noch, dass es mit Energie voll wird. Sogar richtig. Es ist so dunkel, mir reichen eine Fackel. Habe ich keinen, oder was? Ich hab' keine Fackel. Ah, ich muss länger draufbleiben. Okay. Das ist Alphatier. Kann ich den pullen? Oh. Ei. Oh, ich soll es nach babysitter ihr. Hey, ich soll es nach bis 16 zwei Punkten. Ich soll es nach boh uren. Hey, ich soll es nach vorne. Was ist das? Was ist das? schon erlegt hier ist noch einer nehmen wir alles mit und ich guck kohle knete eisenbocken knochen kisten kisten wir schauen doch gleich mal ich glaube das könnte sogar besser sein da ist es ja viel mehr okay hier ist ja normal nix mehr oder hier waren wir schon da ist noch was ein eisenbocken oder zwei eisenbocken sehr schön dann gehen wir wieder raus ich würde sagen wir jetzt hier unter und dann gehen wir hier wieder hoch und dann zum ausrufe zeichen müssen wir stufe drei sein vielleicht schaffen wir das bis dahin ich weiß ich könnte das pferd nehmen ja aber ich will es nicht nehmen die aussieht schön geil käffeln ja ach so hier kann man sich verstecken ok 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 Okay, was ist hier? Was war hier? Hier ist nichts oder was? Nicht! Nicht! Ist da oben was? Hier kann doch nichts sein, ne? Also der Erkundungsdrang, muss ich sagen, ist wirklich höher wie in Origins. Ich finde diesen Modus bis jetzt gar nicht so schlecht, dass man selber so ein bisschen gucken muss, dass man hier die Quest lösen kann und nicht alles gleich im Vorhinein angezeigt wird. Mal schauen, wie lange uns das gefällt. Ich weiß es nicht. Also ich will doch nichts versprechen, Leute. Wolfshöhle. Okay, wo ist die Wolfshöhle? Okay, wir machen mal den Flug. Wer wird hier zerlegen? Oder er liegen? Okay, die sind doch unten drunter. Ah, darin ist der Eingang. Okay. Das ist auch dann das Fragezeichen gewesen. Okay, runter. Da sind auch schon Wölfe. Gehen wir mal hier rein. Okay. 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 Fertig, oder was? Wir nehmen alles mit, Leute. erst, was wir kriegen können. Looten, looten, looten und leveln. Sehr schön. Mehr sehe ich hier gerade aktuell nicht. Okay, dann haben wir das auch abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch hier am Strand entlang so ein bisschen. Ich würde jetzt so viel wie möglich mitnehmen, Leute, weil wenn wir dann später craften müssen oder so, dass ich dann einfach schon ein bisschen was an Materialien habe. Dass ich mich alles extrem dann gleich wieder suchen muss. Jetzt wahrscheinlich eh suchen müssen, aber dass wir halt schon ein bisschen was haben einfach. Okay, ich weiß nicht, ob ich hier reinspringen dürfe mit den ganzen Haien. Vielleicht gibt es so eine Tauchausrüstung oder so. dass man den ein bisschen entgegensetzen kann. Oder irgendwie so extra Speere für Wasser oder so. Oh, das schaut schon leise aus. Oh, Reichholz Okay, scheint nichts zu sein Und da drüben ist auch das Fragezeichen Stutschern ist heftig Ben Verstecktes Zyklopen Okay, wir schauen mal Ein bisschen wieder hoch Wo ist das hier? Okay, so ein Stufe 3 Gegner Oh, 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 oh Oder willst du mich verarschen? Okay, wo sind wir? Okay, einfach mal so aufgedeckt. Meine Fresse. Okay, ich glaube, das ist heftig. Stufe 3, wir sind ja Stufe 2. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Schatzblöme. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Wollen wir das gehen? Hier in den Büschen drin. Ich kann mich nicht mehr, um die Gegner besser zu fassen. Kann man die irgendwie anlocken? Hier gibt es aber bestimmt ein Tutorial, wa? Ein Tutorial, wie man das macht. Kann ich irgendwie pfeifen oder so? Oh. Okay. Ich kann mich nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr. Das war sauber. Ein Söldner vielleicht. Ich konnte doch irgendwie pfeifen oder sowas. Das war ein Söldner. 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 Okay, da ist der Boss. Das war ein Söldner. 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 Okay, dann hätten wir den. Das war ein Söldner. 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 Okay. Das war ein Söldner. 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 Ja. Nein! Nein! Nein, die scheinen alle scheinen da zu sein. Ah, er ist noch da. Ei, ei, ei. Okay. Steckt jetzt Zyklopen. Schauen wir mal, ob wir schnell speichern können. Okay. Ah. 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 Okay. Ah. 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 Okay. Aber er kommt gerade rum. Okay. Dann müssen wir den so kriegen. Das hilft nicht. Was war das? Jetzt kommt er, der Bus. Oh, nee, oder? Das sehe ich mir mal an. Oh, nee. Oh. 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 Ich hab sie. Okay, Schatzplünder noch Wir schauen mal, ob wir jetzt schnell speichern können Schnell speichern, deaktiviert Nee Okay, das heißt, wir müssen den Schatz jetzt noch Suchen Schauen wir mal, ob wir ihn finden Der ist da hinten Müssten wir eh schon gut freigeräumt haben jetzt Schatzplünder Das ist noch einer Schatzplünder Oh, sehr schön Okay, ist abgeschlossen Schatzplünder Okay, der ist draußen Das Pfeifen geht nicht so weit Wer war das? Er ist im Brocken Gibt es hier noch viele Gegner oder nicht? Einer Da hinten, glaube ich, war noch einer Oder das war jetzt gerade der eben Dann müssten wir eigentlich so weit das Lager frei haben Da oben ist noch ein Dreier Den holen wir uns auch noch Schläger Den holen wir uns noch Aber erst holen wir uns das Opfer da drinnen Den da Okay, da hat gar nichts Dann können wir hier noch ein bisschen looten Streitkolben Hier, glaube ich, haben wir schon gelootet Okay, dann würde ich sagen, hören wir uns den da Okay, dann würde ich sagen, hören wir uns den da Okay, dann würde ich sagen, hören wir uns den da Okay, dann würde ich sagen, hören wir uns den da Ui, das war wirklich knapp jetzt, Leute. Wo liegt denn der? Der muss ja hier irgendwo liegen. Da liegt er. Oh, okay, Leute. Ich würde sagen, machen wir an der Stelle jetzt einen Cut. Das versteckte Zyklop ist bereinigt. Eigentlich alle Gegner, außer die blöden Köter und so. Genau, dann würde ich sagen, schauen wir mal in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Bleibt auf jeden Fall dran. Ist sehr, sehr spannend und sehr, sehr nice bis jetzt. Das Spiel gefällt mir richtig gut. Wir haben zwar noch nicht so viel gesehen bis jetzt, aber bis jetzt gefällt es mir echt gut. Gut, dann würde ich sagen, Leute, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi. Gut, dann würde ich sagen, Leute, bis zur nächsten Folge, bis zur nächsten Folge, bis zur nächsten Folge, bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.